Ich bin dabei, weil ich Medizin unterstütze, die den Menschen hilft. Ich wünsche mir für eine gesunde Medizin der Zukunft vor allem Verbundenheit, Miteinander und Partnerschaften. Wir leben aktuell in einer Zeit der Krisen und während wir glauben, dass wir die Corona-Krise überwunden haben, sind wir eigentlich mittendrin in einer Welt des Umbruchs, der Unsicherheiten. Umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass wir ein gutes, starkes Immunsystem haben. Ein gutes, starkes Immunsystem erfordert aber ein Bewusstsein für unseren Körper und eine Präventivmedizin, die ganzheitlich und Nachhaltigkeit Medizin betrachtet und Gesundheit als etwas betrachtet, was einfach ein Dauerzustand sein sollte, mit dem wir einfach gesund alt werden können. Ich erhoffe mir, dass mit dieser Kampagne wir etwas lostreten, ein anderes Bewusstsein, ein Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit, in der Gesundheit, in der Medizin, letztlich im Alltag jedes Menschen. Ich erhoffe mir auch, dass wir hier ganz stark eben die UN Sustainable Development Goals und zwar 17 Partnerschaften in den Mittelpunkt stellen, weil nachhaltige Gesundheit geht nur durch Verbundenheit, geht nur durch Partnerschaften, geht nur darum, dass wir verbunden sind mit uns und mit allen anderen. Das ist einfach all das erste fingers, aber wir sollten wiederholen w gatherings und die Bildung auf der Bereit Х profft, wird auf dem spitzen Würzeln. Jetzt schauen wir euch an Herrn, wenn du Corona 갈�, werden deinen Aktionschauern,